Schneller! Wann habt ihr jetzt getauscht? Bis zum nächsten Mal. 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 Supergeil Junge. Aber scheiße, wie kann das jetzt passieren? Oh nee, oder? Das kann nicht sein. Das hat mich jetzt aber verwirrt. Nicht im Ernst, oder? Und nicht im Ernst. Das hat so gut gepasst. Jetzt habe ich noch mehr Angst. Ich glaube, es ist ein Lack der Stau. So. Lack dich da auf. Schöne. Ja. So macht ein Jungfern Spaß. Achtung steil. Die Reifen sind komplett zugesetzt. Alter. Alter. Geht gar nichts auf dem Vorderreifen. 10 Grad. Mach mal den Stein hier weg. Schöne. Vor der Reifen macht gar nichts mehr. Vor der Reifen macht gar nichts mehr. Läuft. Ich liebe es. Warum können nicht alle Strecken so steil sein? Pumpen, 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 pumpen. Versteigen. Modell. Halt. Finch. Oh, Holz. Schön. Ich bekomme ja. ja, ein Bache oder so, das hat ja nicht genug geregnet schön am Bache entlang, ach nee, wie schön, in der Presse kann was, optisch alles klar Leute? wir müssen warten bis die weg sind ja, ja, ich hobs die sind schon lang, ne? die sind schon lang, aber zu viel Holz da sind so viele Spuren, da wird schon irgendwo hingehen wap 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 wauuuu